Und damit willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes mit dem Unterhosen Iron Man Und äh, wir müssen erstmal hier weg vom Raft Zum Stark Tower Zum Starken Tower Um uns einen neuen Anzug zu bauen Wir haben jetzt ein bisschen Geld Aber können wir uns immer noch nichts leisten, oder? Nö Aber hier gibt es jetzt auch nicht so krasse Sachen, die ich mir jetzt holen möchte Deswegen bleiben wir bei Venom Schwingen wir mit Venom Oh, die Mucke ist so cool Bin ich der Einzige, der die feiert? Haben wir das hier eigentlich schon gemacht? Warte mal Das hier? Ich weiß nicht, ich glaub doch, das haben wir schon gemacht Stimmt Wir haben hier einen Auftrag Das kann ich komplett verstehen Ja, keine Ahnung warum So, Captain Eagle, was hast du für uns? Im Gefängnis gab es einen Massenausbruch Und was machen diese Gauner? Klauen mein Boot und machen eine Spritztour Zieh diese verdammten Fischköpfe aus dem Wasser Komm, tu mir den Gefallen Ich soll jetzt die Boote Ah ja, tatsächlich Ich soll die Boote Mir jetzt krallen Okay, kann ich mir nicht selbst hier noch ein Boot holen, oder? Oh, warte mal So ein Flugzeug von oben dann abballern Wir ballern die einfach mit dem Flugzeug Komplett weg So Schafft das der Queen Jet? Okay, den Nachrichtenhubschrauber können wir uns leider nicht leisten Jo Okay, warte Steigen wir ein Der, wie fliegt man das? Okay, ja, man kann schießen, aber Digga, die Kamera Wie beschleunige ich den? Hä? Wie beschleunige ich den? Ah, so Na, am Pump Ja Jawohl So klappt das am besten Ja, wie laut ist das? Kommt der hier, der chillt hier alleine Seine Base Nein Die haben mein Die haben mein Flugzeug weggeballert Ey Wo will er mit mir hin? Der Lass Venom in Ruhe Oh, okay Das war vielleicht nicht so die gute Idee Eiei Okay Warte Schießen wir die einfach von oben ab Gut, klappt doch nicht so, wie ich dachte Nein, Venom Warte mal Ich hab ne Idee Klappt das? Jo Der richtige Iron Man Und Der Fake Iron Man So Aber wir gehen gleich in die Mission rein Erstmal möchte ich, wie gesagt, hier die Tage machen Oh, come on Als ob Selbst das nicht mal klappt Ob ich so ein Laser oder so? Ne Treff doch Na los Jawoll Erstes Boot weg Ii, da hinten ist noch ein Boot Nö Kann nie wahr sein Ich glaub, der Fall ist da ein bisschen falsch Und noch das letzte Boot Wo ist das? Na, halt doch still, bitte Ach, scheiß auf die Boote Das zeigt die Versicherung Nicht ich Hahaha Oh mein Gott Ich bin wieder der Beste Chip Ja, ich bin wunderbar Kannst du mich gleich heiraten Ich muss dieses kostbare Ei rüber zur Empire State University bringen Aber auf den Straßen wimmelt es nur so von Dieben Mit Bodyguards würde ich mich sicherer fühlen Wie wär's Dass sie mir nicht so nahe kommt Sobald Ärger droht Laufe ich weg Diese sind Ja, ohne hier Okay, es ist Ähm New York Da wundert mich das eigentlich nicht Und dann sind das schon mehr Symbionten Wir müssten mal die Stadt Vor Symbionten schützen Okay, weiter geht's Plop, 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 plop Was war mit dem los? Ah Hinter uns Keine Sorge Doppelschutz hält besser Yeah Oh, es ist ein Es ist eine Freundin Puh, wir haben es geschafft Danke für deine Hilfe Ich denke Dieses Schmuckstück aus einer alten Studie Sollte genießen Äh Wo kommt die jetzt her? Geht mal weg, Alter Stört mich mal nicht Okay Okay, jetzt würde ich mal sagen Können wir gerne Zur nächsten Story Mission gehen Und einmal hier runter Ah Was ist denn hier passiert? Okay, wir müssen das hier öffnen Ja, zum Glück hat Tony Stark Die Exe hat alles zugemacht Hä, wieso geht das jetzt nicht? Ah, jetzt Gutes Sicherheitssystem Muss man ehrlich sagen Und bam Und rein Der Stark Tower prägt die Skyline von Manhattan Als A Hochmoderne technologische Forschungseinrichtung Oder B Als riesiges Denkmal für das Ego des Besitzers Ansichtssache Habe ich euch schon mal von meiner Partyrüstung erzählt? Sieht aus wie ein Smoking Für die etwas offizielleren Kämpfe Schatz, ich bin zu Hause Warum so ein unfreundlicher Empfang? Jarvis, ich bin's Dein Boss Alarm Eindringling Sicherheit aktiviert Eindringlinge? Jarvis, Befehl für Sicherheitsdeaktivierung Tango Oscar Sierra 3963 Wir müssen unseren Weg reinkämpfen Jemand muss sich in mein System gehackt haben Das ist doch eigentlich mein Job bei anderen Was zum Na toll Wenn Jarvis gehackt wurde Kann ich auch meinen Anzügen nicht mehr trauen Allen? Sie sind alle mit dem Hauptrechner verbunden Außer einem Apropos hacken Ich hab grad ne Nachricht auf mein Handy bekommen Ähm Und es ist so ne Ja Hacker Nachricht Steht da halt so Hallo Mama und Papa Ich hab ne neues Handy Könnt ihr mich hier auf WhatsApp Anschreiben Ja Ich wusste gar nicht Dass ich schon ein Familienvater bin Und ein Kind hab Krass Also Das ist ja nice Ist natürlich eindeutig ne Fake Nachricht Ich mach mal hier leise alter Gott verdammt Also bei meinem Kopf war man hier mal ein bisschen leiser Ich verstehe ja gar nichts mehr Also man sieht ja eindeutig Dass es ne Fake Nachricht ist Aber nein Brauchen wir da nicht mehr reden Von Wer schreibt jemand mit Hallo Mama Papa An Macht natürlich sehr viel Sinn Also Als Hacker Machst du dich ja super Super schlau Aber es werden wahrscheinlich trotzdem Leute geben Die darauf reinfallen Und die tun mir am meisten leid Vor allem die Omas und Opas Die Armen Aber okay Zum Glück bin ich darauf nicht reingefallen Das ist das Wichtigste So Tony Nimm mal deine Barrieren hier wegmachen Wurde ja leider gehackt Das hat schon mal geklappt Wenn wir es richtig teilen Kommen wir daran vorbei Ja Ein bisschen hat es geklappt Aber nicht komplett BTF Laser Kanode Käpt'n Wir brauchen nicht Nutzt dein Schild Jawohl Wo muss das hin Ach so Auf das Geschütz Und destroyed Jawohl Okay Problem Ich brauche meine Keycard Um den Anzug freizugeben Und die hast du nicht Sie ist da drüben Auf der anderen Seite Der Verriegelten Tür Okay Okay Tony Hast du irgendwas So ein Greifer Oder so Um da rüber zu kommen Oder kannst du die Tür Irgendwie Hacken E-Dev Ja okay Sowas können wir auch benutzen Ich weiß zwar nicht Was das sein soll Ist das die Keycard Boah Easy Hey Den Anzug kennen wir doch Warte mal Es ist doch der Aus dem ersten Iron Man Fehlbesser Ein bisschen altmodisch Für meinen Geschmack Aber für den Zweck Sollte es reichen Da war doch der Endboss Ähm Von Iron Man 1 Auch dieser dicke Klops Ah aber ich kenne Das der kam Der kam in Iron Man 3 glaube ich Wenn mir jetzt nichts täuscht Aber kann halt auch falsch sein Biam Hört mal auf Hier alles kaputt zu machen Ja hier müsste schon Iron Man 3 sein Vor allem diese Feuer Äh Leute Kann schon sein Aber ist schon krass Dass das Tony geschafft hat Äh Während er eingesperrt war In Irgendwo Äh Albanien Ah da ist er wieder Komplett weiß In seinem Kopf Wow Schön in Schön in den Boden Geprescht Ähm Sam Lee Tut mir leid Aber wir können dich Leider nicht befreien Tut mir leid Wir bräuchten dafür Nämlich eine Fähigkeit Oh Schön dass Captain America Es dich extra Da hinstellt Für den Scheiter Ha Erinnert mich Bisschen an Wally Gut Iron Man Lass mal ein bisschen Rumspielen Ah ich muss Wahrscheinlich Jetzt auf diesen Roboter rauf Genau Achso Er geht automatisch Da rauf Easy Hier rüber Nice Achso Muss ich das hier Gebrauch machen Jawohl Jetzt sind wir schon mal vorbei Da Immer weiter hoch 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 Ja ja Winke nur Und da geht er wieder weg Er ist extra nur hergekommen Fürs Winken Fühl ich nett Ist das da oben Ähm Jarvis Könnte das sein Ähm Hier die Dinger Weg Und dann können wir hier rauf Das ist mal eine Aussicht Oder ich will auch so eine Geile Hütte haben So einen schönen Tower Und so schön über New York gucken Wenn ich Urlaub mache Dann will ich da auf jeden Fall hin Ich weiß es gibt einen Avengers Tower In echt Aber trotzdem Ich gehe auf den höchsten Torben der Welt In New York Ich weiß zwar nie Warum New York Extra für Ja die ganzen Avengers Filme Gewählt wurde Aber warum nicht Haben die jetzt nicht so einen Namen Wie eingebaut So ist richtig Nicht nochmal aufgehen Ja Winke nur Aber nur in der Kamera Winke Schöner Ich weiß nicht Gab es diese Musik nicht auch In irgendein Iron Man Film Kommt mir sehr bekannt vor Okay Da ist was zum Aufsprengen Und auf heut mal ist die Mucke weg Ah jetzt ist sie wieder da Ich hatte schon Angst gehabt Warte mal da hoch möchte ich Ich weiß ich kann hier eh nicht viel machen Aber Zumindest die Münzen mitnehmen Gut Reinschießen Bam Alter ich hätte fast America Gekillt Das war laut Und das ist nicht so schön Wenn hier Lasers rauskommen Deswegen mach mal weg da Ah Ich bin direkt hier angezeigt Auf diese Platten drauf Spiegeln Nun dann öffnen sich hier die Türe Gut so Ey Lass mal das Och nee Nicht wieder so ein Laser Yo Der Laser hat Auto eben Hier Einfach Auto eben Lass mal die weg Ballern Oder Backbarnen Kurz Und viel besser Kommen wir jetzt in einen sehr Besonderen Raum Mal gucken Na komm Tony auch noch drauf Ey ist extra für zwei Also Tony allein kann hier nicht wohnen Es tut mir leid sir Meine Systeme werden gerade übersteuert Wow Das ist ziemlich cool Keine Zeit dafür Okay Das ist wirklich Jarvis Keine Sorge Jarvis Du wirst noch gerettet Mann Die werden zum Münzen einsammeln Und gleich True Believer Jawohl Jetzt geht mal weg hier Meine Güte Gehen die mir auf den Sack So Hier drauf Und Oh We Und eine richtig geile Kettenreaktion An der Wand Haben wir etwas was da hineinpassen könnte Ja mein Schwanz Wie geil diese Kettenreaktion ist Jetzt müssen wir aber noch eins spiegeln Und das muss Captain America machen Mit seinem ultramächtigen Schild Jawohl Oh Ah Sicherheitssystem teilweise wieder hergestellt Fordere sofortige Bereitstellung des Mark 42 Anzugs an Zeit mich in Schale zu werfen Yeah Mark 42 Den wollen wir haben Na los Tony New Upgrade Wie die Teile so reinfliegen Versuch mal mit deinem Laser Da eine Form rauszuschneiden Warte mal Laser Wenn du da schon darüber redest Wie sind da diese ganzen Starturen Oder diese Hologramme von Ja von Iron Man Ah wir können jetzt Warte Dann gehen wir schnell mal zurück Und dann machen wir überall diese Hologramme kaputt Kriegen wir wahrscheinlich ein Minikit Zwei von fünf Äh Drei von fünf Ich glaube hier hinten war ja auch noch eins Ja Fliegt doch hoch Wieso kann ich denn jetzt nicht hochfliegen So jetzt Vier von fünf Und da ist der letzte Ach hier komme ich gar nicht raus So Und da ist das Minikit Und da oben ist glaube ich noch eins Genau und weil wir jetzt fliegen können Kommen wir da auch hoch Direkt zwei Sparen wir uns das dann Und können mit Wichterin Weitermachen So und jetzt können wir das hier nämlich auch noch Auflasern Wie mit Den Laserschwerten aus Star Wars Okay Und dann können wir das hier nämlich auch noch Und dann können wir das hier nämlich auch noch Und dann können wir das hier nämlich auch noch Und dann können wir das hier nämlich auch noch Und dann können wir das hier nämlich auch noch Und dann können wir das hier nämlich auch noch Und dann können wir das hier nämlich auch noch Und dann können wir das hier nämlich auch noch Und dann können wir das hier nämlich auch noch Und dann können wir das hier nämlich auch noch